also ja wir haben sie ich glaube ich habe keinen Schaden gemacht aber mal schauen auswärts also ich finde es lustiger wenn man uns auch schaden macht und ich hab null in der Mauer war das heißt aber egal ja das interessiert jetzt gerade niemanden jetzt kommen die 7er und ich hab mir hier halt einen Premium Panzer gekauft also das ist ein deutscher ein rheinlanddeutscher nur den hat man so umgebaut dass er so aussieht vom Weiten die Hälfte genau also die also täuschen die Gegner und äh dann wenn sie dann gut dran sind öffnen sie das Feuer ja 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 leider war ihr fein ist ja fein ja 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 weil 8er würde ich jetzt nicht empfehlen weil dann kommt es gut bis Level 9. Okay, dann... Ich grille... Ich grille 7. Okay, also jetzt mache ich jetzt mal ein... Äh, auf. Ne, wenn wir die so 100... Äh, ja, so 100, gell? Hat Pferde. Wenn wir die bei uns haben, dann haben wir schon mal, äh, relativ viel Stress. Unter uns bei die... Ne, da würde ich nicht lang fahren. Komm, wir fahren doch lieber hier runter. Ja, also hier, da kann man schon campen, ich weiß schon. Aber du bist auch ein relativ offenes Visier, wie du es siehst. Ja, zur Zoom will ich ja auch. Aber... Es ist ein relativ langer Weg da. Ne, aber Kassierbällchen. Ja, ist schon irgendwie komisch, wenn alle mich feststellen lässt, weil mir leckt und so. Oh, scheiße, das ist eine 1029. Wie dumm, der stirbt jetzt, wenn der 1029 schnell nachgeladen hat als er. Und stirbt er. Aber ganz bitter. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So, ganz gefährlich. Ja, so... Wir sehen... Wir sehen... Nicht grad... Aus... Betzungen, dass wir gewinnen. 25 Meter. Ne, vor allem, wir haben ja... Zwar immer noch genauso viel Heavys... Äh, noch mehr Heavys sogar noch. 1029. Oh, scheiße. Ich glaub, da komm ich noch nicht mehr durch. Ja, aber nicht... Aber der kann mich wohnschlappen, wenn der es clever anstellt. Weil ich hab nur noch 300 Leben. Okay, lenk du ihn weiter ab. Oh, scheiße. Der hat mir jetzt eine mitgegeben. Der hat mir jetzt eine mitgegeben. Hilfe! So? Fuck! Hilf mir! Hilf mir! Ja, okay. Ja, wow, I'm coming! Ey, du bist voll voll scheiße. Ja, beschießt, super deutsch. Kommt die Tüte der Idee. Äh, deutsch bei Edeka. Jetzt komm, jetzt schießen wir eine rein. Der kommt jetzt frontal auf dich zugefahren. Ja, irgendwie clever Stellung halten. Nee, der hat noch 424 Leben. Ach, hast auch den Balken an. Warte, 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 ich wette, der kommt von hinten, ich wette, der kommt von hinten. Rede ich lieber. Ja. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Warum... Nee, man sagt mir nicht. Ja. Ja. Ja, okay, jetzt machen wir dann noch ein Fecht mit einem 7er. Wie gehen wir mal. Warte, wir werden mal gewinnen. Ja, schon. Das ist echt unnormal. Oh, nee. Jetzt leckt's bei mir schon wieder. Ja klar Ja auf jeden Fall, wir nennen sie hier Schniedelkanone Er ist die Schniedelkanone Ja klar Ja also wir sehen es, haben beide auch mehr Spaß wenn wir jetzt zu mehr aufnehmen Leider hat der, äh, den, der Typ unter mir, hat leider noch kein Skype Account und kann deswegen noch nicht mitsprechen Aber ich denke mal, dass wir ja dann, ja, vielleicht in den nächsten Tagen zu uns kommen Ja ja eben, erstmal anmelden und den ganzen Kack Ja aber komm, das ist Kacke, über Volt of Tanks zu reden Ich hab's ausprobiert, mit anderen Ja, weil du musst ja immer Q drücken Das längt voll ab, oh scheiße, K41 zieht mich, zockt gar nicht Ja, das sollte man nicht machen Einfach über den Berg fahren? Ne, nicht so ganz Wie der DW2, ich weiß schon Also vorne 50, hinten 50 und an der Seite 50 Ne, ich weiß schon Und eigentlich ist's ganz gut für unser Team, denn wir haben noch 4 Heavys Und die haben grad noch einen, der wahrscheinlich hier unten, irgendwie nicht hier rumfährt wahrscheinlich Oder hier unten campt Ja, ich weiß schon Ja Ja, also jetzt sehen wir hier einen K41 Und äh, also der Majorseel Der hat halt auch Gold ausgegeben, wie's aussieht Oh, ja ok Hatte sich für 100.000 oder 500.000 so nen Scheiß gekauft Ja, jetzt seht ihr, äh, wir sind relativ im Rückstand Obwohl wir so gut angefangen haben Doch schon Sie, nicht schon Ja, jetzt könnt ihr gewinnen Aber wenn die 3 sich clever anstellen Ist ja ein Hellcat, äh, C49 Und so ein PCS Äh, 4C Ich nenn' ein Omnibus Ich find' das passt auch dazu Auf jeden Fall haben die alle so ne richtig gemeine Grumme Also können sie drauf haben Und da vorne bekommt schon Schaden Darum vermute ich mal, dass die Hier sind Hier Im Waldstück So Auf jeden Fall, äh Ja, also wenn Ja, ja, ich hab's So Also Jetzt Stirb der wahrscheinlich Weil er ist gekettet Und Ja Ihr seht Jetzt ist es wirklich nur noch ein, äh, wer ist ein besseres Team Wer kann schneller Und so So Werden wir's ja gleich sehen, wenn eine Nachricht kommt Ja 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 Also Gehst du jetzt eben los Dann machen wir jetzt, äh, 6 Tage fest Ja 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 Also ich hab' Bis jetzt nur noch ein Capro 1S Nichts aufgerüstet Nur ein Monit drin Äh Ja Sonst eigentlich nichts Also Die Standardgaben Äh Keine besseren Ketten Motor oder sowas Das ist alles noch, äh Standard Und Ja Dann Mal sehen, dass ich's Irgendwie hinkrieg Und diesmal nicht, als ich erst so sterbe Ja Ja, bei mir Dauern Okay So Bei IS, der geht ja noch IS geht Oh ne, das ist die Katne Ich mag die Map nicht Weil da kannst du überall hinten rumfahren Also das ist hin und wieder mal praktisch Aber hauptsächlich nervig Weil Ja, also Ich Bin Ja wie ihr wisst Und Ja Eigentlich Ähm Relativ Gutes Team, würd ich mal sagen Außer jetzt die unten bei Madach Baste Elektro T49 T49 Ja, Elektro Hast du mal gesehen Der ist voll scheiße Hallo und herzlich willkommen bei meinem 2. Grad World of Tanks Ja Und wie ihr seht Äh Sind wir jetzt zu dritt Wir starten jetzt mit dem 5er Wenn's jetzt mal aufhören zu lecken Bitte Ähm Ich nehm den Äh Focus Ich nehm den Ich nehm den Die